Hat er ja mit der Zunge den Bobbomb einfach drauf gemacht? Ich hab die hier festgeklebt. Einfach hier rein festgeklebt? Und so bin ich reingegangen. Die haben gedacht, die spinnen. Ich hab mir die Hose gemacht. Aufhören! Ihr miesen, kleinen, erbärmlichen Schloppschwänze. Glaubt ihr, ich weiß nicht, was hier läuft? Dass ihr euch über mich lustig macht? Mich verarschen wollt? Wahrscheinlich aus Neid. Weil ich diese Werbeabteilung auf Vordermann gebracht habe. Weil hier endlich mal gearbeitet werden muss, he? Mit der Ecke kann man's ja machen. Ihr schnallt gar nichts. Aber so läuft das nichts. Die Ecke ist euch nämlich über, ihr Pfeifen. Glaubt ihr, ich weiß es nicht, dass einer von euch den Chippendales Bildschirmschoner auf meinem PC gemacht hat? Ach ja? Oder das mit der Karnevalsfeier? Das war doch auch ihr! Habt ihr das Datum auf meine Einladung vertauscht? Sehr komisch, als ich im Clownskostüm in das Meeting gelaufen bin. Ah! Und wer hat heute Morgen zufällig meine Brille auf den Stuhl gelegt? Sehr, sehr lustig, als ich mich dann draufgesetzt habe. Aber so geht das nicht mehr weiter. Ab heute wird nämlich jeder, der mich verarschen will, angezeigt! Was? An-ge-zeigt! Kapiert? Na, da fällt euch nichts mehr ein, ne? Wahrscheinlich, weil sich euer Gewissen gemeldet hat. Oder, weil ihr euch ein neues Opfer suchen müsst. Oder, weil einige von euch jetzt mal so richtig die Hosen voll haben. Nein, ne, nein, ne. Weil die Werbeabteilung da drüben ist. Hier ist die Personalabteilung. Achso. Tja, dann geh ich mal. Stopp! Oh, 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 oh! Die gute Ecke! Kostetig wie eine Blindschleiche! Und schnallt gar nichts! Nee! Mann!